Oh, vier Bordern. Ja. Entschuldigung. Ja. Was willst du jetzt? Okay. Oh, meins. Was ist das? Oh, das ist ein Stein. Okay. Hier ist Farmland. Also, ich frage mich echt, woran liegt das, dass ich ständig von diesen Stü... Also, ich habe es in wirklich fast jedem Spiel bisher gehabt. Dieser Störangriffe. Und der hatte gar nichts. Wirklich gar nichts. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich dagegen tun kann. Ach, hier ist ja noch einer. Da ist eine Stadt. Ich will ehrlich sein, es hat auch Vorteile, dass eine Stadt in der Nähe ist. Da sind wertvolle Rohstoffe. Eine Kölone muss immer mehr. Eine Jäger oder Geld trinke die Welt? Ich nehme mal permanent das Gold. Jetzt am Anfang bringt das tatsächlich... Wenn man es jetzt am Anfang schon hat, den Bonus, bringt das auf lange Sicht tatsächlich recht viel. ... Was ist das? Naja, da soll ich vielleicht nicht inbauen. Gerade im Moment zumindest. Und wir haben genug für unser erstes großes 14 finde ich sehr gut sehr ansprechend klar die bonusjäger werden auch sehr willkommen gewesen aber aber tatsächlich das gold einkommen bringt mir tatsächlich erst mal mehr so wo ist denn hier stein außer hier das ist nicht der regelwert ein stein aber es ist besser als nix klar es war gerade echt ein bisschen doof dass ich das uns ungesichert habe aber umgesetzt gelassen habe aber ich verstehe es halt nicht was machen die guten also gut in anführungszeichen was machen die anders dass die wirklich nicht angegriffen werden und muss eine balliste hin und dann kann ich anfangen mit ich werde auf jeden fall als erstes in die richtung gehen sowas von hier oben ist ein schöner durchgang das werde ich später ausnutzen können als nächstes stein die energie haben wir alles haben wir eigentlich so ziemlich vielleicht sollte ich mit häusern die hochgehen und die unten andere sachen bauen klasse ist sehr verschachtelt da aber trotzdem in dem bereich hier wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht ich habe mich für die vier entschieden hier deine balliste hin und kann hier hinten dann mit scharfschützen arbeiten hier drüben habe ich auch noch nix für nahrung 10 hier trotzdem erst mal die 10 10 haben oder nicht haben dieser laster war wirklich ein geschenk eisen eisen wird schwierig jürgen ist viel stein aber eisen wird schon echt schwierig warum als nächstes eigentlich die kaserne da könnte ich eisen holen das hier scheint auch zu zu sein klang und heimlich versuchen sie vorbeizukommen wir sehen ob er es schafft na nee er geht wenigstens runter das ist gut für mich auf Aufmerksamkeit! Gebäude complete! dass sie nicht zu viel krach macht vielleicht muss ich ja die scheinere muss vielleicht doch warten und hier könnte ich sehen wollen das ist nicht so gefahr gefährlich einmal holz sammeln bitte wo es macht schon ich brauche das immer noch eins hoch dann kann ich weiß noch ausbauen was machst du da egal das ding scheint doch anzuziehen ok als erstes gehe ich ausnahmsweise auf die balliste aktuell verschwenden wir noch keine rohstoffe ist okay ich würde trotzdem gerne einen steinbruch bauen die zwei jäger werden vielleicht doch ganz willkommen gewesen bringt auf jeden fall was wenn sie nicht direkt von hier oben kommen vielleicht auch schon da gut machst du so stolz auf dich mädchen machen wir es so also hier dagegen rennen ist absolut sinnlos ich erkenne zumindest näheren sind nicht vielleicht bin ich auch einfach nur doof ich weiß es nicht aber ich erkenne ich persönlich erkenne den näheren sind davon nicht können gleich was machen es ist wirklich schlimm anfangs denn das braucht unglaublich lange bis dieser forschungsgebäude gebaut werden ich kann auf jeden fall gleich eine kaserne leisten und ich habe ich brauche mehr holz es war doch nicht es war doch sinnlos das hier hinzubauen denn hier passt eh kein haus mehr hin ich baue die kaserne jetzt trotzdem mal so eng ich hoffe das war kein fehler jetzt kann ich jetzt eigentlich reparieren bitte da muss auf jeden fall den jägern hoch wenn ich hier in der balliste habe kann die erst mal weg lassen wir jetzt mal auf stehen hier und die farm kann ich auch gleich wieder erforschen genau deswegen habe ich die her gebaut schön gespannten wo wenn es eine armbrust wäre könnte ich verstehen dass die ganze zeit so bleibt aber das geht glaubt mir das geht sowas von auf die arme wartet mal jedoch ich bleibe bei jägern soldaten kosten doppelt so viel toll kostet immer noch ein gold hier müsste eigentlich auch noch eine hin dann kann ich die ein stück könnte ich die ein stück hochziehen ach so ein dreck das will ich echt ungern tun aber ich muss es ich gehe mal ein stück zurück damit ich hoffe das macht nicht zu viel krach ich brauche da eine balliste geschützt war hier hat eigentlich so ein zelt steht gar nicht da jeden fall geht sie gleich richtig los da noch hin und dann okay jetzt kann man auf jeden fall gleich hoch ich möchte nicht das anfangs krach zu machen da oben okay kann ich mir die da leisten denn die sollen als nächstes kommen das hier passt hier müssen wir auf jeden fall hoch ich brauche das holz ich brauche das holz ich brauche das holz sie können immer so gebündelt die stadt sehen wir schon mal geh mal mit dahin genau die passen nämlich hier auf ich glaube du kannst das lassen passen wir lieber hier mit auf wir rücken um vor ja ja Ja, da geht's auch unter, schade. So, haben wir noch nicht fertig, aber gleich geht's los. So, da geht's los. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ach, wo bleibt die Energie? Energie und Essen. Oh, hier geht es wieder. Auf die mal. Ich bin einfach nur der, dass wir ein bisschen Energie haben. Äh, dass wir wieder mal einen Rohstoff haben. Oh, jetzt geht es so richtig los. Jetzt wird ihnen das Gehirn weggeschreddert. Ja, Holz. Da hin. Oh, da habe ich nicht mal gesehen. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Fahren wollten wir. Oh, da war! Ich kriege hier noch was hin. Sehr schön. Jetzt sind wir nämlich nicht direkt am Arsch. Die Todesmacht. Ich muss etwas töten. Achtung! Die Stadt ist komplett gespürt. Die Ballisten haben wir noch gar nicht. Doch, haben wir. Ja, natürlich haben wir welche gebaut. Wo sind die für Strecke eigentlich? Ach ja, den kriege ich niemals repariert. Wir sind auf jeden Fall schon mal wieder auf Null erst mal. Ich darf nicht vergessen, es kommt auch noch eine Welle. Die müssen wir auch erst mal abwehren. Achtung! Die Stadt ist komplett gespürt. Aber bis auf hier hinten kann ich eigentlich überall abwehren. Dann muss ich jetzt mal abwehren. Was? Roger that. You again? What? Yeah. You again. Yes, tell me what to kill. I don't know if this is a good thing, but I'll just do it. 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 The colony is under attack. I'll just do it. I'll just do it. You are gonna pay me for it, right? It tastes like something. Wenn sowas passiert. Ja? Westen. Weißt du was? Geh mal mit dahin, ich kann es mir einfach nicht erlauben. Da ich jetzt vielleicht nicht bauen kann. Geh mal hier hin. Geh mal hier hin. So. Geh mal. Geh mal hier hin. Geh mal hier hin. Was? Ja. Die müssen eigentlich unten angehen. Die müssen hier lang gehen. Gut, dass ich die hier hab, sonst hätten wir sich schon wieder versaut. Die müssen hier lang gehen. Gut, dass ich die hier hab, sonst hätten wir sich schon wieder versaut. Wir ziehen schon wieder zu viel an. Geh mal da hin. Ja. 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 Die müssen auf jeden Fall hier durchgehen. Ja. 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 ich hier noch eine Ballistin bau hier ist das Ziel bitte dass wir auch mal abgewehrt ok und wenn wir die kritische Masse überschritten haben, dann schaffen wir es wieder die müssen wir auch erstmal überschreiten aktuell hängen wir nämlich wieder fest beziehungsweise es geht sogar zurück wie viel locken wir denn an? beziehungsweise 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 einfach beziehungsweise in Anführer ist es noch rechtzeitig im Markt muss man jetzt auch erforschen ok kaputt machen mag nicht viel sein aber es merkt man doch es schwächt die Truppe ok genötig die Energie das ist eigentlich echt toll aber ich glaube ich nehme das ich bin mal ehrlich ich mache die dinge jetzt erst mal aus hm na 10% weniger Bauzeit von Einheiten finde ich gut das heißt wenn ich die Rohstoffe habe kann ich auch schnell bauen dann brauchst du noch bis hier die ersten haben wir schon fast kommen wir auch genug ok wir haben die Hütten alles wieder an ach ja da fehlt ihr wieder essen ok wir dürfen auf keinen Fall da hoch gehen platt machen das hält der aus ja das hält der nicht lang aus ja das hält der nicht lang aus ja das hält der nicht lang aus ah der erste das das Ding machen wir platt das ist das ist das ist das ist das das Problem ist da kommt immer es kommt auch immer wellenmäßig raus aus den Häusern also wenn man sie angreift und zusätzlich noch ab und an kommt eine richtige Welle raus einfach ach ich glaube wir schaffen es schon ganz gut mittlerweile das hält er noch ein bisschen das hält die nicht wacker muss ich sagen äh das wird auch ein bisschen viel vor allem solange uiuiuiui das ist das ist eine Angriffswelle auf jeden Fall das meinte ich diese Wellen danke boah der einfach fehlt das haben wir es gleich den brauchen wir den brauchen wir Ein Gebäude weniger. Ich nehme mal dich. Du sammelst mal lieber Erfahrung. Ich meine, es ist zwar gefährlich, wenn ich mich daran verliere, aber... Eintriglich spare ich einen Schuss. Oh, hier sind viele. Die werden aber weggeschreddert. Das hier gibt keinen Sinn. Die stehen einfach rum und machen nichts mehr. Hier wird die ganze Zeit geschossen. Manchmal reagieren sie drauf, manchmal aber auch nicht. Und komischerweise, merkt ihr was? Es kommt keine einzige Harp hier. Hängt das damit zusammen, dass einfach kein Gebäude infiziert wurde bisher? Ich meine, ich bin nicht scharf drauf, dass die kommen. Schnell weg. Ah, nicht stehen bleiben. Also muss ich auf jeden Fall auch mal eine Balliste herbauen. Wenn die gleich fertig ist. Das kostete 40 Holz, oder? Ach, nur 30. Ich bau trotzdem erstmal die Balliste her. Ja, gute Idee, zu speichern. Ah, lauf! Oh, vier Schuss. Dann haben wir's. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Geh mal lieber weg. Was bist du hingestellt? Hofür ist das okay? Das kriegt man alles hin. Energiemangel. Können wir aber Abhilfe schaffen. Wenn die alle mich zuschlagen, dann ist schnell zappen Duster. Sehr gut. Schön, ich habe immer gleich den nächsten, der bereit ist, sich in den Fleischwolf zu werfen. So gemein ist es auch klingt, es ist nichts anderes. Mich wundert aber, dass die so perfekte Schüsse noch hinkriegen. Vor allem, dass die Kopfschüsse, naja. Du kannst noch so gut schießen. Das Haus geht wahrscheinlich nicht viel schneller kaputt. Ja, ich habe noch mehr von dir. Ich muss etwas töten. Okay, wir gehen mal alle vor. Ich müsste eigentlich dann... Also wenn die Stadt weg ist, gehe ich hier nach links. Und guck mal, dass ich da was kriege. Das hier ist okay. Dann kannst du hier rüber gehen. Wir sollten hier auf jeden Fall anfangen zu sichern. Nein, keine Zelte. Ach, was war das denn für das Geld? Ah, Holz. Aber Holz ist da drüben. Schnellere Bauzeit finde ich super. Du bist aufs Höchste hingestellt. Du gehst mal noch aufs Höchste. Danke. Hör mal aufs Höchste. Jetzt haben wir wieder zu viel. Ah gut, du schießt mit. Dem geht's gut. Okay. Das könnte allerdings ein bisschen viel werden. Schieß mal mit bei Liste. Okay, wir bräuchten eigentlich ein Lagerhaus, aber ich kann das hier nirgendwo herbauen. Wenn, dann später hier unten. Vielleicht aber auch doch. Dem Bereich hier wäre es eigentlich gut. Wenn das hier gleich aufhört. Das machen wir jetzt kaputt. Was machen wir denn am dümmsten dahin? Klar, ich hätte gerne ein Lagerhaus da, aber wenn ich darauf jetzt warte, könnte das mein Ende bedeuten. Vielleicht baue ich sowas. Komm schon, Energie. Ich muss irgendwas zum Schutz da haben. Ich kann euch nicht so genau sagen, wo die hingehen. Wir werden es bald rausfinden. Auf jeden Fall. Oh, mach's so. Hätte ich's gern, dass meine Scharfschütze mit von der Partie sind. Ziehen wir uns mal langsam zurück. Hier, ihr bleibt mal hier. Hier geht hoch. Ich glaub, die gehen hier durch. Okay, kriege ich denn jetzt noch ein Lagerhaus hin? Wie lange braucht das Holz? Ich baue kein Lagerhaus erstmal. Huh? Ich baue kein Lagerhaus Born. Ich baue kein Lagerhaus. Okay, danach kann ich das Lager ausbauen. Ich hole mal kurz das Holz. Denn das Lager brauche ich. Ey, mach mich jetzt nicht unglücklich. Okay, sie gehen da hin auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt blöd. Okay. Die wollen durchlaufen. Die machen, deshalb klappen sie nicht richtig an, glaube ich. Wurde auch gesagt, ich soll doch möglichst versuchen, von der Seite reinzuschießen, andererseits. Wie soll ich, soll ich jetzt hier in der Balliste hinstellen? Wie soll das gehen? Ich gehe mal aufs nächste erst mal. Die Scharfschützen machen das schon. Schießt mal hiermit. Hä? Wieso kriegt die Schaden überhaupt? Das müssten sie schaffen. Oh, die sind voller Rohstoffe. Das ist sehr, sehr schlecht. Ach, da hinten. Okay. Ich wollte gerade sagen, hey, da ist doch alles okay. Geh mal da hin. Ja. Hä? Okay. Will ehrlich sein, das ist nicht gut. Wieder hoch. Ich finde das mega beschissen, wie sie gerade läuft. Wenn die hier dran kommen, haben wir mal verloren. Das war eine Harp hier. Ich muss jetzt mal aufs höchste Ziel erst mal. Ja, wenn sie noch so weitermachen, schaffen sie es irgendwann. Gott, was wir alles anlocken. Die machen uns echt ganz schön fertig, oder? Geh mal ein Stück vor. Schießt mal die Stärksten raus. Okay. Blöden Harpchen. Komm schon. Komm schon. Ich wollte eigentlich Aufbisten hier. Du bleibst mal kurz. Du bleibst mal kurz. Da will ich gar nicht in den Sniper reinsetzen. Okay. Okay. Das haben wir gut gemacht hier an der Stelle. Ist das alles? Das ist so verhörig. Ich muss das Feuerzeug auslösen. Ich muss das Feuerzeug auslösen. I-h-h. Ich muss das Feuerzeug auslösen. Ich muss das Feuerzeug auslösen. Ja. Ja. Nächliche 12er-Truppe schonmal. Machen wir es doch bloß ein. So, hier oben. Das wird noch. Wenn ich die da reinsetze, müssten die alles kurz und klein hauen. Okay, mehr Sichtweite, mehr Reichweite. Und geschützt. Ich soll vielleicht öfters mal mit Türmen arbeiten, wenn ich so drüber nachdenke. Hier könnte ich dann eigentlich auch einen hersetzen, irgendwo. Ich muss etwas töten. Ja, gib mir etwas, was du schütteln. Ja, ich bin immer da. Ach, ich bin immer da. 13. 19. Finde ich gut. Immer noch 17. Kann man doch mitarbeiten. Du gehst mal aufs nächste Ziel. Okay, in die Richtung würde ich auch gerne gehen. Mitt stuck immer zuober. Das ist mir point. Das ist mir. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017